Musik Das besondere Exponat Die Wohnungsgenossenschaft Zwönitz lässt uns am Gebäude Mark II Johannes Gutenberg entdecken. Ein steinernes Relief erinnert an den Erfinder des modernen Buchdrucks. Es befindet sich vom Markt aus gesehen an der linken Seite der Hausfassade. Daneben ist unter anderem der Hinweis zu entdecken, dass es sich bei dem Relief um das letzte original erhaltene Fassadenteil des 1582 erstmalig erwähnten und 1966 abgebrochenen Hauses mit Hotel- und Kulturbetrieb handelt. Weiter ist zu erfahren, dass es ursprünglich ca. 1919 vom Buchdrucker und Verleger Karl Bernhard Ott Jr. angebracht wurde. An der Vorderseite des unlängst sanierten Gebäudes ist die Aufschrift Blauer Engel zu lesen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017